Ich muss mal ein kleines Update machen. Heute ist der 19. April. Es ist unfassbar schweinekalt. Temperaturen um den Gefrierpunkt. Snoopy weiht sein Wintermäntelchen ein. Er geht jetzt die zwei Kilometer bis zu meiner Arbeit schon ganz ohne Leine. Bleibt meistens bei mir, kommt sofort wenn ich ihn rufe. Klappt allerdings auch nur hier in dem Wald, wo er sich auskennt. Und dann macht das Gassigenen richtig Spaß. Da hat Snoopy einen Vogel erspäht. Und weg ist er. Und kommt sofort wieder. Ja Snoopy, du bist fein. Snoopy! Fein Snoopy, fein. Das ist so herrlich hier in der Früh durch den Wald zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Die Vögel zwitschern. Schön. Das sind so ungefähr zwei Kilometer durch den Wald. Der Rest ist Straße. Es ist herrlich. Da freue ich mich schon jeden Morgen und jeden Abend drauf. Und immer mit meinem kleinen Snoopy. Heute habe ich Snoopy was Tolles gekauft. Ein Leuchthalsband. Augenblick. Jetzt wird es dunkel. Tadaa. Damit er mir nicht aufhanden kommt im Dunkeln. Kann man sogar in drei unterschiedlichen Blinkmodi machen. Wer braucht das? Mir reicht das, wenn Snoopy leuchtet. Wir gehen jetzt spazieren. Ja fein, dein Igel. Er liebt diesen Igel. So, bevor er mir auf den Teppich pinkelt, müssen wir jetzt los. Dieser Hund ist einfach nur drollig. Ja, wo ist es hin? Nein. Du bist so lustig. Snoopy, guck mal. Aber jetzt gehen wir raus. Der kommt aber nicht mit der Igel. so mal wieder. Vorabschauen nicht mal nur.